Ich bin ein Ninja! Hinja? Du bist ein Hinja? Wo willst du hin? Nein, du! Ich will nirgendwo hin. Ich bin ein Ninja. Ach ein Ninja? Das hab ich doch gerade gesagt. Und ich hab's falsch verstanden. Und ich komme aus fernen Landen. Also du bist mit einem Flugzeug hier gelandet? Nein, ich bin zu Fuß unterwegs. Was willst du hier? Ich bin auf der Suche. Nach Glückseligkeit? Nein, ich bin ein Ninja. Ich bin auf einer anderen Suche. Auf einer Mission? Ja, das auch. Also du suchst was, um es umzulegen? Ja, aber nicht flach zu legen. Hätte mich auch gewundert. Warum? Kannst du Wunder vollbringen? Nein. Ich glaub, du hast dich verplappert. Du bist nicht das, was ich suche. Nein, du suchst mich doch gar nicht. Ja, aber ich meinte... Ich bin derjenige, der dich sucht oder nicht? Ich bin nicht da. Was? Du Unheult. Haha, du siehst mich nicht. Ja, das weiß ich auch. Und ich kann jetzt entkommen. Aber ich hör dich. Oh scheiße. Haha, hab ich nicht. Wieso hast du so gute Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Aber du bist doch gar kein Wolf. Ja, aber ein Ninja. Du bist ein Inder? Wie kommst du auf Inder? Klang ähnlich. Klingt absolut nicht ähnlich. Ja, sorry. Gefunden hab ich dich. Jetzt kann der zweite Teil. Wo ist's? Suchst du das? Wie hast du... Du hast mich abgelenkt. Ich glaube, jetzt werde ich den zweiten Teil ausführen. Du willst dich selber umlegen? Umlegen und flachlegen. Warte, was? Unwichtig, du hast keine andere Wahl. Ich hab keine Wahl, dass du mal einen Auftrag ausführst. Moment, das macht ja keinen Sinn. Also, ich find's gut. Nein, ich lass es. Okay, gut. Ich dachte, du willst einen Auftrag ausführen. Nein, du hast mich auch played. Ich danke dir. Ne, nie aus dem Laden. Ne, nie aus Fernen in London. Bist du auf Clubhouse? Nein, wieso sollt ihr auf dem Clubhouse sein? Weil das eine zicke App ist. App? Was ist eine App? Clubhouse. Das ist ein Haus. Ne, die App. Welche App? Clubhouse. Ach, du meinst nicht das Haus? Nein, wieso solltest du auf dem Haus sein? Das hab ich mich auch schon gefragt. Achso, ne, ich mein die Social Media App. Und da bist du? Ja. Und jetzt willst du, dass ich dir folge? Ja. Wie heißt denn du da? Was ist das für eine dumme Frage? War ruhig dein Name nicht, um dir zu folgen? Doch, aber ich heiße die überall gleich. Achso, also heißt du da gleich. Nein, Ineptias. Sag das doch. Das doch. Vielen Dank. Au! Was ist? Ich bin ein Ninja und ich komme aus fernen London. Du bist was? Schreib Ninja in die Kommentare, in die Kommentare, dann gibt's ne Fortsetzung. The fuck? Aaaaaaah. Geht's dir gut? Ja, warum? Das war Ralfina auf der Credits-Scene. Aber nicht nach den Credits. Das stimmt. Wo bleibt mein Tee? Kleines oder Großes Tee? Du meinst Groß-Hen oder Klein-Hen? Nein, Großes oder Kleines. Großes oder Kleines? Ja, Großes oder Kleines. Nicht Süßes oder Saures? Nee, nee, wieso sollte ein Tee sauer sein? Keine Ahnung, Citroentee ist schon mal sauer. Wie kommst du denn jetzt auf Tee? Wir reden doch gerade über Tee. Weil wir gerade über Tee reden. Ja, deswegen bin ich so verwirrt. Winkel? Ja. 90 Grad Winkel? Ja, nicht Celsius, nicht Fahrenheit, nicht Keller. Ja, schon klar. Alles klar. Ja, ich seh alles klar. Dann ist gut. Sonst hätte ich dir meine Brille gegeben. Ich bin ja mit der Brille. Ach so, ja. Stimmt. Sorry. Ich glaube, meine Zeit nähert sich dem Ende. Wieso? Vor Abi. Vor Abi? Nein, ich bin kein Jude. Bist du dir sicher? Ja, eigentlich schon. Aber unendlich nicht? Aha. Nee, so auch. Dann weiß ich auch nicht, was du meinst. Ich mein, du sollst mir folgen. Tee. Jodla. 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 Hoho. Jodla. Hihi. Jodla. heavy, Fydla. He. Jodla. Euro. Können wir jetzt wieder normal reden? Ja, na gut. Ich krieg's einfach nicht hin. Also du bist echt nicht so ein Jodelmeister? Nee, ich bin aber Yoda-Meister. Meinst du Meister Yoda? Den Yeti? Nein, den Jedi. Sag ich doch. Nein, du sagst Yeti, das ist Big Full im Schnee. Ach so, wieso nicht Littlefoot? Was? Dino. Spielberg? Ja, wir können gerne auf den Berg spielen gehen. Können wir auch klettern? Bist du eine Klette? Nee, ich bin ein Mensch. Ja, dann wohl nicht. Hm, BB-dauerlich. Du meinst, wir sollten in Blackberry investieren? Nein, oh, schon zu spät. Wieso investierst du am 27. Januar 2021 in Blackberry? Sind die schon vor 10 Jahren ausgestorben? Du hast mir gesagt, ich soll das machen. Nein, hab ich nicht. Ich glaub aber schon. Lass ein Abo da. Wie ist dein Name? Mein Name. Ja, genau, dein Name. Nein, mein Name. Ja, genau den. Ja, wie ist er denn? Woher soll ich wissen, wie mein Name ist? Weil er dein Name ist? Nein, er ist mein Name. Sag ich doch. Nein, nur halb. Mein, nicht dein. Mein? Nein, mein. Ach, mein, okay. Aber wenn du mein sagst, muss ich dein sagen. Wieso? Weil Deutsch so geht. Wer ist Deutsch? Meine Mutter. Und wie geht sie? Ja, wie ist er denn jetzt? Denk doch mal an was anderes als Essen. Ich komm halt aus Essen. Nein, tust du nicht. Das stimmt, aber ich komme immer in Essen. Meinst du die Stadt vielleicht? Die Alternative wäre sehr merkwürdig. Das stimmt. Darfst du solche Themen überhaupt auf TikTok behandeln? Wieso? Wegen den Kindern? Ja, genau. Oh ja, dann sag mir deinen Namen. Mir deinen Namen. Du bist so ein Otto. Jetzt fang dich an zu raten, ich hab dir die Lösung doch schon gesagt. Wie, wann? Eben, mein Name ist mein Name. Ach, du heißt mein Name? Ja, mein Name ist dein Name. Nein, mein Name ist mein Name. Mein Name ist dein Name. Jetzt ist es richtig. Lass ein Abo da.